Vielleicht ist es die Pau... Hier war der Eingang. Und da gibt es auf jeden Fall was für uns. Oh Gott, Entschuldigung. So. Hier scheint alles offline zu sein. Oh, da gibt es was. Jawohl. Ja, da wollen wir mal weitere in diesem Gebäudikomplex vordringen. Die scheint alles offline zu sein. Diese Gerätschaften hier. Die Türen sind hier alle verschlossen. Die müssen wir hier irgendwie mal durch. Hier ist auch zu. Oh, das sieht doch sehr verdächtig aus. Oh. Online. Gucken wir kurz ins Lockbuch. Okay, 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 okay. Es scheint alles jetzt aktiv zu sein. Und wir sollen uns in Acht nehmen. Dann machen wir das mal. Oh, okay. Er ist lebt. Dann machen wir mal schauen, ne? Dann machen wir mal schauen, ne? Da sind sie. Jetzt ist es wieder alles online. Und das kam ja vorhin schon. Oh. Okay. Was ist das für ein Teil? Okay. Ich kann sie zählen auf, wie wir gegen meinen... Da, 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 da. Okay. Alles klar. Jetzt wollen wir mal schauen, wo seine Schwachstelle ist. Oh Gott, was kommt denn da für eine Scheiße raus? Okay, also die Teile kann ich schon mal zerstören... Ich bin schon mal gut zu wissen, die fucking Raketen gehen mir ja voll auf den Sack. Aber das war schon mal ein Ding. Ich muss mich noch diesen einen Panzer da zerstören und dann... Ich bin schon mal ein Ding. Ich bin schon mal ein Ding. Ich bin schon mal ein Ding. Komm schon. Okay. Den haben wir. Komm, dann bombst du nicht eben so. Wie muss ich dich doch jetzt bekommen hier oder was? Ich muss sie doch jetzt irgendwie packen können. Puh. Oh, meine Güte. Komm schon. Okay, anscheinend ist er verwundbar, wenn ich... Okay, okay, okay. Komm schon mal wieder. Okay, okay, okay. Einfach auf Ballern. Jawoll! Da haben wir ihn! Puh, ich glaube, ich habe es mir viel zu schwer gemacht. Aber da erstmal hinterzusteigen, wie das überhaupt funktioniert... Scheißegal, ich habe ihn! Was seid ihr denn jetzt wieder für welche... Einfach raus. Okay, alles versorgt. Ah! Da müssen wir rein. Und da erwartet uns... Der Plasma. Alles klar. Der sieht doch schick aus. So, da unten ist noch irgendwas. Da müssen wir mal rein. Jawoll, jetzt haben wir auch noch ein bisschen mehr Power. Sehr schön. Dann speichern wir mal kurz zwischen. Und dann gehen wir mal in den unteren Bereich. Von da unten haben wir. Das haben wir. Also mal hier lang. Okay. Dann können wir auf jeden Fall rein. Joa, ne, ne. So, ich mache jetzt auch erstmal immer... Anstatt dieser 1-Stunden-Videos... ...der Metzplace lieber so 25 Minuten. Weil es dauert sonst echt ewig zum Hochladen. Aber... Ich bin ja eh erst gerade am Anfang... ...und muss mich hier selber austesten. Was so am besten passt. Also von daher. Okay. Das ist dann... Was ist denn das? Okay, das merke ich mir mal auf der Karte. Okay. Vielleicht, dass ich das vergesse. Das bedeutet, ich bekomme irgendwie demnächst wieder ein neues Upgrade. Und hier geht's runter. Oh, nein. Oh, neue Ebene. Ah, das ist jetzt nicht so vorteilhaft. Okay. Irgendwie eine dieser Wasserpipelines ist kanabiert und das wird sie hier wohl sein. Und Flute kann ich hier. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie dieses ganze Wasser wegbekommen. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon schaffen. Aber ich versuch's mal. Nee. Ich weiß grad auch gar nicht, ob das so klug ist, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit im Wasser rumlaufe. Oder ob ich da nicht erstmal... Komm ich so nicht durch. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir an einem Reitig vorankommen. Geht ja auch alles in Zeitlupe. Das ist ja... ... super möglich. Ja. Ah, hier wieder. Ja, aber cool, du machst. Gefe ich mir. Oh! Ok! Oh! Oh! Sieht gefährlich aus. So, ich würde mal sagen, ich speichere hier mal durch. Und dann sehen wir uns beim 12. Let's Play. Bis gleich, meine Lieben!